Prozent um Kiefer in um ein Beispiel ja die die Tiefel davon drei Videos später gesagt ich hab das gemacht ihr wettet wird und jetzt wieder okay wir haben uns gerade zehn Minuten vor um 10 nee nee und das nicht wir haben 10 Minuten vor um den Sommerzeit ich bekomme man die Gegend Moment ich denke ich mein unheimliches Licht na was ist das Mond oder Klinik Klinik der Mond von der Klinik Klinik die Zeit und 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 auch zu quatschen und erzähl den Kids den Kids den Witz verstanden, erzähl den Kids, den Chris ach so mach das ok soll ich umgehen eine Chris-Frage stellen? welche Stern ist der größte in unserem Universum also ich meine in unserem Sonnensystem uh 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 ich weiß, ich weiß welcher Stern? von welchem Stern rede ich? von der Sonne aber in diesem aber in diesem aber in diesem Ding gibt's das nicht oh oh ok wir haben ja schon die Minuten voll gelappert ok 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 in dem in einem in einem dunklen dunklen Universum da gibt es keine Sterne schön für dich fliegt eine dunkle dunkle Erde die Sonne scheint nicht mehr drauf die ist die Fahrt schön für dich ok ok dunkle dunkle Erde wo nicht die dunkle dunkle Sonnenschein ist gerade dunkle dunkle Nacht wo kann ich nicht mehr schalten ok 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 which ok ok hey ok 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 er diesen dunklen dunklen Kölner gibt es ein dunklen dunklen Park in der Umgebung Kampag gibt es ein dunkles dunkles Haus das ist jetzt schon wieder es ist nicht Busch Busch alles klar oder hingehört Naja die Läden nicht Acker bis vorhin in die Erde ich liebe diese Städte Knie wie meine Hosen Tasche die auch Ehe und die Punkt Echt die Stimme die Gestalt die Kippe die Knie geholt erst durch sein aus dem Platz aus ich komme mir okay noch weiter um Möschten also in der Umgebung die Köln Köln die Köln die Köln Dunkel-Dunkelraum mit ekligen Spinnwegen Heddy Maric Ok in diesem Dunkel-Dunkelraum gibt es ein Dunkel-Dunkel-Schrank mit dunklen Verzierungen Heddy Maric ich habe die Ausdrücke zu Tieren die Barschke nicht aufhören die Heddy Maric die Heddy Maric mit diesem Dunkel-Dunkel-Schlüssel Leider kriege ich diese Dunkel-Dunkel-Schartelle nicht auf die Kaputt jetzt kann man nur noch hin die ist kaputt in dieser Dunkel-Dunkel-Dunkel-Schartelle komische Dunkel-Dunkel-Schachtel die Kettung Heddy Schachtel Süßzeug dieses Dunkel-Dunkel-Schlüsselzeug viele viele buntes Mati viele viele buntes ihr wisst doch was Mati wenn nicht dann seid ihr dumm und wenn ihr es doch wisst dann seid ihr trotzdem dumm den überhaupt nicht scherz da oft die Leute zu geleitigen sind klicken den nie wieder deinen Video an aber es ist so ein bisschen ach komm schon ok mein erstes Video also von lieben und die werden mal einer zur Teilung gelaufen aber das hier das war top top secret das top-de-liegt die Köln die durch das nur unter euren Freunden weiterfragen und wenn die bei der ganzen Welt es wäre cool wenn ihr mein Video weiterfällt die oder weiter wir haben nichts dagegen wenn die Tüche gut und tut mich in einer Sprache versetzt ok die erste Mieter Dr. Stab Dr. Stab Krieg erst mal um Dr. Stab Schokolade ok ciao